Nie wieder ein Akku eures Keyboards wechseln. Nur ein Traum? Nein, es geht wirklich und wie in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von UpvLike. Heute möchte ich euch wirklich ein interessantes Produkt wieder einmal kurz und kompakt vorstellen. Nämlich die Magic Bar von Mobi. Die Mobi kennt ihr wahrscheinlich, die haben auch diese intelligenten Magic Maus Unterlagen gemacht. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, solche Unterlagen, die man auf den Tisch legt, eure Magic Maus mit so einem speziellen Akku einfach drauf legt, wenn ihr sie nicht mehr nutzt und schon wird eure Magic Maus aufgeladen. Ich habe leider keine Magic Maus bzw. verwende sie einfach nicht, sondern habe eine Kabelmaus. Eine Sache, die mich aber immer noch nervt, nehme ich das Akku wechseln meiner Apple Keyboard, also meines Keyboards, meiner Tastatur. Und dort gibt es jetzt auch eine Lösung von Mobi, nämlich die Magic Bar. Die funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr habt wieder die Möglichkeit, euer Keyboard oder euer Trackpad mit einem extra Akku, einem speziellen Akku auszustatten. Das baut ihr einfach statt den zwei Akkus in der Seite einfach ein und schon funktioniert es. Nämlich so, ihr habt eure Schiene, die legt ihr irgendwo auf eurem Schreibtisch vor euren Mac oder vor euren iMac einfach hin und schiebt dann euer Gerät, also euer Keyboard zum Beispiel, in diese Schiene rein. Dann müsst ihr es nur noch mit dem USB-Kabel, was mitgeliefert wird, an einen Mac zum Beispiel anschließen. Und ja, es ist leider nur ein USB-Kabel mitgeliefert. Das bedeutet, einfach in die Steckdose stecken geht leider nicht. Ihr müsst es wirklich an einen Mac stecken. Da habt ihr einmal ein Kabel mehr, was über euren Schreibtisch geht und ein weiterer USB-Platz wird reserviert. Es gibt klarerweise die Möglichkeit, euch einfach ein USB-Kabel, ein Verlängerungskabel zu kaufen und dann noch ein Adapter von der USB auf Steckdose. Dann habt ihr die Möglichkeit, euren Dock, eurer Bar auch in die Steckdose aufzuladen. Ja, dann gibt es noch eine LED, die ist links oben eingebracht und die gibt euch einfach aktuelle Informationen, ob jetzt ein Gerät drin steckt, ob es aufgeladen wird oder wenn gerade nichts drin ist. Dann möchte ich klarerweise noch einige Worte über das Design verlieren. Ganz klar, ist ein Designer-Objekt, besonders als Apple-User muss man ja auf einige Sachen darauf achten und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ihr könnt es ja auch selbst sehen, es sieht nicht nur recht stylisch aus, sondern passt perfekt mit dem Apple-Design zusammen. Einmal mit dem Magic- oder Trackpad, aber auch mit dem Keyboard, aber auch allgemein mit dem Mac-Design, weil alles so abgerundet ist, dieses grau-weiße Alu, was mir wirklich sehr gut gefällt. Haben sie da versucht, mich gut zu kopieren, haben es auch gut geschafft. Da muss man sich genau hinschauen, wenn man da die leichten Farbunterschiede sieht, aber wir wollen da allgemein nicht so in die Details gehen. Es sieht gut aus und da war es sicher auch ein Designer dahinter. Und was ich auch hier wichtig fand, das Design arbeitet mit der Funktion zusammen. Das heißt, es wurde nicht nur irgendwie extra schön gemacht, dafür ist die Funktion irgendwie daneben, sondern es arbeitet gut zusammen, sieht gut aus, funktioniert aber auch gut. Ja, dann komme ich auch schon zu meinem endgültigen Fazit. Was ich sagen kann, mir hat das Ding wirklich sehr gut gefallen. Mit Abstand die Idee. Ich finde die Idee bei den Mobi-Produkten immer sehr, sehr gut. Wie schon erwähnt, die Magic-Maus-Bar finde ich von der Idee super, aber auch dieses Ding gefällt mir von der Idee super. Ich war überrascht von der Funktion, wie gut das funktioniert. Der Akku war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht so lange hält, aber wie gesagt, mehrere Tage bis sogar Wochen kommt er damit locker durch. Eigentlich selbstverständlich, dass man es hier öfter anladen muss, weil es ist einfach nur so ein Wiederaufladen-Akku bzw. Batterie. Daher sowas eigentlich selbstverständlich. Die Funktion hat mir sehr gut gefallen, aber auch das Design, wie gerade eben erwähnt, schön gestaltet, arbeitet mit der Funktion zusammen und kann man sich so auch gerne auf den Schreibtisch stellen. Und da sind wir schon bei ein paar Nachteilen, die ich zum Teil über das Video schon erwähnt habe. Nämlich einmal, es ist ein weiteres Teil, was auf dem Schreibtisch steht, was schon etwas größer und klobiger ist. Zum Zweiten, ihr habt ein weiteres Kabel, was da nur USB-Kabel ist, kein Steckdosenanschluss. Okay, wie gesagt, Adapter gibt es da sicher auch. Und es ist etwas kratzanfällig. Aber okay, im Allgemeinen sehr hübsches, intelligentes, gutes Produkt und ganz klare Empfehlung, wenn ihr auf der Suche nach sowas seid oder allgemein euch das Akku wechseln auf die Nerven geht. Deswegen kostet im Mobisore 40 Euro. Fand ich in Ordnung, wo ich erst mal das Produkt gesehen hatte, habe ich mir einen höheren Preis erwartet gehabt. Ist also in Ordnung, ist auch leistbar. Ihr müsst gegenrechnen, wenn ihr mal hochrechnet, wie viel ihr, wenn ihr alle zwei, drei Monate einen Akku wechselt, wie viel das kostet im Vergleich zu so einem Gerät. Dann kommt man wahrscheinlich im Endeffekt auf grüne Zahlen. Auch wenn es nicht absolut billig ist. Das muss ich mich gut überlegen. Auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, weil das fand ich schon ein bisschen frech von Mobi. Okay, ich weiß nicht, ob die wirklich so teuer sind, nämlich die extra Akkus. Also wenn ihr weitere Akkus für euer Ding kaufen wollt, um andere Geräte noch direkt einzubinden oder auch einen Ersatzakku zu haben, die Dinger kosten 30 Euro. Das ist schon satt. Ich weiß nicht, ob die wirklich so viel kosten oder ob da ein bisschen Ersatzteilbonus dabei ist. Aber okay, wenn ihr sie wirklich braucht, ich hoffe, meine Dinger halten lange durch, dann müsst ihr 30 Euro hinblättern, obwohl ich mir da schon bald ein neues Ding kaufen würde. Okay, das war es im Allgemeinen. Wie gesagt, 40 Euro kostet das Ding. Link dazu in der Beschreibung. Auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ihr nicht euch da Zeit spart, die Akkus zu wechseln, sondern auch die Akkus spart, also Geld spart und die Natur noch grüner macht, weil die Herstellung von diesen kleinen Batterien, die man überall kauft, sicher umweltfeindlicher ist, als ein solcher Gerät hier zu produzieren. Ja, das war es von diesem Video. Eure Meinung zu diesem Produkt und zu diesem Video könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde alles lesen und versuchen in Größe zu beantworten. Mich würde es riesig freuen. Auch ein Daumen hoch würde mich riesig freuen. Einfach mal eine Bewertung abgeben. Wäre echt klasse. Sonst war es das für dieses Video. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.